Klothild ist mit dem Winzelle auf dem Knottstadter Dreiweg unterwegs und jetzt haben wir doch endlich Knottstadt erreicht. Zumindest man sieht es schon einmal ein bisschen weiter weg. Jetzt machen wir erst einmal ein Bauisler. Da sieht man schon den ersten Bulldog von Knottstadt. Was man natürlich auch noch schön sieht, ist den Blick in die Landschaft. Natürlich auf die Ackerflächen. Wir sind nämlich auch vorbeigelaufen an Feldern mit Erbsen. War natürlich auch mal interessant zu sehen. Sieht man doch nicht so oft, obwohl es in letzter Zeit immer häufiger wird. Und hier sieht man natürlich die Flurbereinigung. Hier ist sehr schön und hier ist auch wieder eine Tafel, wo das eben alles auch drauf steht. Also es lohnt sich mal allemal, hier wieder mal zu laufen. Natürlich am besten, wenn bewölkt ist, weil du läufst nur in der Sonne. So und jetzt geht es weiter. Ade!